was man sammeln warum sind hier alle so verzweifelt obwohl okay wenn der hafen abgeschlossen ist und da die arbeit sich befindet ja vielleicht mir fällt gerade etwas ein hat es auf der chanschau geregnet als kaffee übertragung abgefangen wurde kaffee hat während der übertragung einen schirm gehalten gott schön die güte hat alles eine komische komission sie was in an area mit artificial rain fall during the transmission wenn der kaffer noch im sternhafen sein Oh, ja. Oh, ja. Oh. In der Tate sehen sie aber für ihren Klamotten anders aus. Wir sind ja in Yarilo 6 auch wegen unseren Klamotten aufgefallen. Nichts. Okay. Weiter geht's mit der Story. Nisch, nisch. Let's let the Express know how we're doing. More importantly, let's see how Dan Hung's doing. Ask him what he's up to. Then tell him we're having loads of fun. Geht es dir gut? Die Nachricht wurde nicht gesendet. Okay. Ran Hung, was ist los? Ran Hung, was ist los? They're for half an hour. It's rare to see you like this. Are you worried about those two? Welta's with them. They should be fine. Himiko, did you keep a copy of the Stellarron Hunters transmission? Can I have a look? Sure. Oh, der war gar nicht dabei, ne? Bo, der war der dabei. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellarron burst occurred on the Lawfu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellarron Hunters trying to do? The C&J Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellarron has nothing to do with us, but the C&J is convinced that we're responsible. Was wird dann hängen entdecken? Oh. Oh. Do you know him? The C&J is in danger. This man, he... If he's on the ship, then Welk march in her. Everyone is in grave danger. Oh, oh. What? What? Is he... Connected to that past you want to escape? I... I can't leave them down there. It's just... I'm afraid my burden has finally caught up with me, and that everyone is about to be drawn in. Is there anyone who doesn't carry around a past burden? She may not remember it, she may not remember it, but even a girl as carefree as March has hers. She may not be able to see her. We tread on a path that is hidden from us. The things we see and the trails we blaze all become our baggage. They weigh us down, but they also give us strength to continue the journey. Try not to dwell on it, Don Hung. The Express spends seven standard days at each stop. Its passengers are allowed to do as they deem fit during that time. Pompom and I are more than capable of looking after the Express. If there's something you've got to do, do it now. Better than regretting it further down the line. Ach, Himeko. You're a good teacher. And you'll come back and travel with us once this is all over, right? Nein, that trio darf... Huch. God, that's right. My eyes are so warm. My eyes are so hot. Oh God, nein. Das ist jetzt so... Irgendwas bedroht das trio. Das mag ich nicht. Das trio darf nicht bedroht werden. Oh. Ich werde noch nicht ausschalten. Die Nachrichten werden nicht gesendet. Nein. Ne, sind wir jetzt wieder... Ne, okay, wir sind... The network is down. But some functions still work. Warte, gut. So. Ich bin jetzt froh, dass mein Zimmer... Mein Zimmer tut sich jetzt schon langsam aufheizen, aber es ist immer noch okay. Auch wenn es jetzt langsam ein bisschen kritisch wird. Aber ich bin froh, dass hier... Wir sind jetzt hier, ich glaube, in einer kleinen Mini-Domain. Und ich bin froh, dass mein Modell sich bewegt. Also wahr, dann fängst du mal hier. Ich bin froh, dass mein Zimmer hier... Ich bin froh, dass mein Zimmer hier ran ist. Hast du schon erzählt? Na ja, Handgelenk ist ein bisschen am leiden. Ich merke es so zwischenzeitlich, dann ist mal wieder so 10 Minuten okay, dann merke ich es wieder. Sehr nicht. Ja, ich gehe wahrscheinlich Montag zum Arzt und lass es mal schauen. Ob man, oder zumindest mal beraten lassen, was ich dagegen machen kann. Nein, das ist ja jetzt schon seit wann war meine Familie aus Australien da? Vor zwei Wochen? Ich meine, da hat es ja angefangen. Und wenn ich das jetzt immer noch teilweise habe, ist das nicht ganz so... ...loopy. Ja. Huh. Tschüss an! Und... ...der Charakter, der in ein paar Tagen wieder kommt. Hehehe. Dann kommt einfach dazu. Elf. Wow, jetzt haben wir beide als Probe. Aber... ...die Wahrheit der Leben und der Tod, in einem Sanctuary, ist aber eine Vision! Geh! ... ... ... ... ... ... ... Warte, jetzt müssen wir gucken. Guck dich mal das hier an. Das ist so'n cooles Ult. Ich find das so süß. Das ist so cool, oder? Aber nichts gegen uns. Achso, verdammt. Oh. Ja, das war nicht so geplant. Kann ich angreifen? Oh. Oh. Mit du zwei riskierst deine Leben für mich, kann ich wirklich... ...stay wo ich bin? Okay. Das ist ein Ult. Oh. Haben Sie... Okay, guck mal, er hat... Den können wir, glaub ich, gern... Können wir den kontrollieren? Wenn er... Das ist auch cool. Guck mal, hier hast du Probe? Das heißt, du kannst mit dem Probe spielen? Er ist nur für eine Handlung dabei. Aber ist okay, das ist klar, weil... ...der ist ja ein Charakter, der jetzt bald auf den Banner kommt. Die Wahrheit der Leben und der Tod ist ein Sanctuary. Aber eine Vision! Willst du sehen, was ich tun kann? Oh. 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 Was sehen wir jetzt schon? Hmmmm. Und jetzt kommt nochmal das Chicken. Chicken! Warte, da macht mich... Vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Oh, guck mal. Chicken! Chicken! Ich hätte das wieder jemandem gefallen. Let me through! You're not going anywhere! Received Divinity! Don't worry about me! Oh, ich fühlte heiter! Problem ist, er hat nichts von den Dinger. Die Dinger hat physischen... ...physische Schwäche, ne? ...physische Schwäche, ne? Komm mal, Nagis! Rein, Nagis! Ohhhh! Ich will sehen, was ich tun kann? Ja... The truth of life and death... ... the sanctuary is but a vision! Ach verdammt, jetzt hätten wir seine Uhr nochmal sehen können. Egal. Wer hat sich heilen können? Es ist eine gute Sache, dass ich die Freie mitgebracht habe. Ich habe dich eher zu retten. Es ist ein Kloud Knight, um zu retten zu retten. Diese Umgebung ist unter Martial Law. Ich stehe alle Kräfte in die Sicherheit. Segen Sie mich. Das war ein Impressiv Kloud Knight Spearmanship. Welche unit sind Sie? Okay, dann bist du ein Kräfte. Komm mit mir. Oh, warte. Ist der nicht von mir? Interessant. Sie ist schon ein cooler Charakter irgendwie. Genauso wie ein Hunker Impact. Und was ist dein Name? I've got forms to fill out. Can't put your name down as blank. My name is Don Hung. I'm a traveler. I'm on my way to meet up with a friend. I appreciate the help. But I can leave the port on my own. No can do, mister. It's way too late. You won't find anyone at Starskip Haven. If your friends made it out, then they'll already be in the safe zone. No need to worry. We'll see them when we get there. Aren't you going to take my way too, miss? Oh my gosh. You already said it when we were busy fighting. Ma. Something. Lo Cha. Is that right? I remember it. Let's go. Stay close, you two. Cloud Knight Sushong will guarantee your safety. Oh, one more thing. I need you to write your names down later. I don't know too many characters. I might make a mistake. Ha, ha, ha. Süß. Ähm, aber die zwei haben ja äquivalent in Honkai Impact. Oh, die zwei haben ja äquivalent in Honkai Impact. Oh, die zwei haben ja äquivalent in Honkai Impact. Message not sent? Why not? Tja, da sind wir wieder. Ja. Vielleicht haben sie die Basisstation demoliert. Long range communication technology is still improving. Perhaps the presence of the Stellaron is affecting signal transmission. Doesn't seem like it. Everything else is working fine. See? In that case it looks like someone wants to make things difficult for us. Ah, natürlich. Silverwall. Hey. Hager. Hey. Hey, Wolf, warum willst du uns auseinander halten? Hey? Das ist wirklich ausgeruht, haben wir uns jetzt hier aber nicht. Der Hund jagt den Fuchs, auch gut. Aber guck mal, wenn ihr jetzt so weiter über die Prey-Nuggies oder Nuggies redet, dann kriege ich schon wieder, dann kriege ich Hunger auf Nuggies. Und heute kann ich keine holen. Oh Gott, irgendwann muss ich mir wieder so'n 20er-Pack holen. Oh, Nose. Lass uns mal, lass uns mal wieder, dann machen wir einfach, machen wir ein Blech mit Nuggies und das andere Blech machen wir, weißt du, mit diesen Kartoffeltaschendingern. Oh, das müsst ihr unbedingt machen. Oh Gott, das müssen wir definitiv mal wieder machen. Aber dass ihr alle Nuggies in jeglicher Form im Kühlschrank habt, krass, wir haben keine. Wir haben nur Pizza. Jupp, wir sind hier. Natürlich, dass du warten musstest. Oh, nein, nein, nur noch ein paar Stunden. Stargazer Navalja ist governet durch die Artisanship Commission. Es dauerte mir ein Zeitpunkt, um unser Papier zu lösen. Ich habe ein Gefühl von der Situation auf meinem Weg zurück. So wie bei Cloudford, Stargazer Navaljahs Meridian Pin hat mal funktioniert. Der Checkpoint da ist abandond und der Garrison ist schrambling, um die Stellarron zu lösen. Also müssen wir in den Ort, wo die ganzen Monster wimmeln. Cool. Hehehe. 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 Als wär's ein normaler Tag. Hehehe. Oh Gott. Ja, das müssen wir definitiv machen. Hehehe. Jaaaa. Das müssen wir definitiv machen. Och. Am besten einfach über ein ganzes Wochenende. Also Faces sind Nuggies, dann dein Essen, wenn du keinen Bock hast zum Kochen. Ich würde sagen, was ist mein Essen, wenn ich keinen Bock habe zu kochen? Und ich glaube, dann mache ich mir einfach Rahmen. Hehehe. Wir haben doch eben... Er war der Meinung, wir haben mit ihr geredet, weil wir fertig bereit sind. Okay. Anscheinend war das nicht das Reden, was wir bereit sind. Jo. Auf geht's. Now, whats a hunt, without a hound? Kafka ist still at large. And the Skyfaring Commission, wants this problem to go away. I made a few calls, and managed to procure this, from the Artisanship Commission, Perfect for hunting down suspects. Oh mein Gott, Bessouz! Aw, er ist so cute! Uh, ich meine, was kann er genau machen? Wir werden ihn verletzt auf Kafka? Ja und nein. Das ist D-Ting, ein bionic dog entwickelt von der Artisanship Commission. Er ist so schön! Er hat fünf Senses von der Foxian Race und sie zu einem anderen Level. Be es Tracks oder Scent, so lange er ein Trache entdeckt, er folgt sie bis zum Ende. All wir müssen machen, ist zu schauen, welche Trache von Kafka zu finden. Es ist egal, wie gut sie ist, D-Ting will sie finden. Aber bevor wir anfangen, wir spielen mit seinen Setungen ein bisschen und ihn bereit sind. Zu Beginn mit, wir setzen ihn in Scentdetektion Mode. Ja. Oh Gott, wie funktioniert das jetzt? Ein mechaniker Hund, der von der Kunsthandwerkkommission hergestellt wurde. Setze seine Lokalitätssonder ein, um verdächtigen Gerüchen und Spuren nachzugehen. Ja, bei Veggie Nuggies finde ich immer so ein bisschen, ähm, eigentlich immer Hit oder Miss. Meistens eher Miss als Hit. Es gibt so eine Firma, die macht richtig gute, aber vegetarische Schnitzel. Aber da haben wir echt bisher nur eine einzige gefunden, die einigermaßen okay ist. Ja. Ich glaubte... Okay. Nusa mag diese Instant Nudeln nicht ganz so gerne. Aber Instant Nudeln sind echt ein guter. Okay, kein Bock zu kochen. Ich mach jetzt einfach das Wasserkocher an. Fertig aus. Mal Poich. Machst du den dann in der Mikrowelle? Guck mal an, wie cute das Ding ist. Wow. Guck dir mal das Ding an. Guck mal an, wie süß. Ich mein, wir haben zwar nicht auch den einen Sternenmarker von der Quest, aber egal. Guck mal, hört euch mal an, wie das läuft. So süß. Guck mal an. Ist runter? Kann nicht sein. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. He says the wind is too strong here at the port. So it's not easy to follow the scent. He weiß, was er gesagt hat. He he he. He he he. Jetzt müssen wir nur noch mit Leuten reden. Nein, ich finde es kommt nur drauf an welche Instant Nudeln. Diese kleinen Mini-Verpackungen, die machen echt nicht wirklich saad. Aber wenn du halt zum Beispiel diese großen Boxen, die ich mir immer hole, die machen schon recht gut saad. Zumindest so viel, bis du dann halt Abendessen isst oder so. Obwohl, als Mahlzeit statt zu kochen, ist ja nicht so gut. Uff, okay. Ja, bei uns gibt es heute Lama und Schuhen. Habe ich eben gerade erfahren während der Cutscene. Hui. Da, ich sehe was. Da hat was geleuchtet. Hallo. Jetzt mal was zum Einsammeln. Aber, Faze, da musst du ja die einfach reinholen. Ich kann es nur untersuchen, wenn ich jetzt in der Sicht bin. Ein Stück weiße Namenskarte. In der Ecke ist ein Vogel mit gespreizten Flügeln. Aber dieses Karte gehörte der freundlichen Botschafter in Tignion. Hauptbeauftragte der intergalaktischen Plan. Der hat euch zweifelsfrei einen kleinen Hinweis hinterlassen. Oder vielleicht sogar mehr als einen. Du darfst nicht. Warum darfst du nicht? Da sehen wir uns mal um. Ziehen wir irgendwas. Ah, da leuchtet doch irgendwas. Da sind zwei Sachen, die sind ein bisschen verdächtig. Hello. Stimmt. So, und dann hatten wir hier was gesehen. Mach uns jetzt nicht Hunger. Mann, wir hatten damals schon so viele Kalorien. Ah, ist es. Ah. Eine elegante Anhänge in Form eines Kreuzes, der noch in irgendeiner Weise irgendeine verlassenen Straße vergessen wurde. Das heißt, der Fisch in der Kultur von Tjanzhou für Reichtum steht. Du glaubst dich daran zu erinnern, dass auf voll den Tignion-Fächer zwei umgeheuer umeinander kreisende Fisch abgebildet hat. Frau Ting-Yun muss uns diese Klüge haben, oder? Ich frage mich eher so, warum hier leuchtet was? Warum kann ich hier nichts machen? Oh, er backt. Cool. Ja, okay. Bei Brot und... Ja, okay, ja. Ja, okay. Soße könnte man theoretisch weglassen, aber das Brot ist dann wahrscheinlich nicht so gut. Hier geht's lang. Aha! Gefunden. Hallo. Ja! Bitte suchen's. Riecht so'n Sternenhafen auf. Was ist denn das für'n Bluban? Was ist denn das für'n Bluban? Hat vollstes Vertrauen. Hat vollstes Vertrauen. Willst du den ganzen Spaß uns überlassen? Und zwar. Not a lot of people out there could've fought the Mara struck like you did. I'm only a civil servant. I can't imagine what Kafka would do to me if I were caught in the fray. We Foxians don't live as long as the San Joe locals. But I still want to enjoy the hundred odd years I've got left. You do the same in my shoes, wouldn't you? Ja, viel Spaß im Glück, Nosa. Und ja, sich bekochen lassen ist auch eine gute Wahl, aber da müssen wir halt jemanden finden, der einen bekocht. Hmm. 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 Weil sie kätzt sich ja nur daran, was... Oh Gott. Okay. Let's spread out and look for them. Leave no stone unturned. Not good for work or overtime. Ja, ich tu mich von dem Restaurant bekochen. So kann man das Bekochen dann natürlich auch sehen. Okay, eins, zwei. Ja, wie kommen wir da hin? Okay, ich warte, hier ist der erste Hinweis. Den wir so einfach finden. Waffensplitter. Aber ne, Lammertschuh machen wir jetzt heute nicht selbst. Den holen wir... ...lassen im Restaurant in der Nähe. Gute Nachrichten. Kapfen. Come on. Warte. Ja. Machen wir Serval, aber Serval braucht wieder ihre... ...Relikte. Ertha, du kriegst wieder... Warte. Da. Ertha kriegt wieder ihr eigenes Zeug. Ja. Perfekt. Ihr habt das schon mal selbst gemacht? Hab ich noch nie gemacht. Müsst ihr auch mal machen. Warte, da ist der Gegner. Ah, boom. Ah, wir haben wieder unser Auto... ...Auto-Mode. Oh, komm. Oh, komm! Und ich fahre! Und ich fahre! Äh! Wir machen hier aber das eins. Ach, noch irgendwo eins. Hier ist erstmal was zum kaputt machen. Das war's. Das ist wieder so ein Vieh. Also kein Hinweis auf Kafka. Das heißt, wir haben Fakes. Warte. Ich weiß, ich weiß. Lass uns mal schauen. Aha. Ist das eine Grenade? Was ist das auf der Seite? Oh nein. Das ist ein Lippstück. Ein kleiner etwas für die Erlösung. Kafka, komm schon. Aber eine Kohlegranate. Warum sind hier so viele Böbemonster? Uh. Wir machen erst mal das und tun das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, da wird es kletzt, dass ich meine Werte angreifen habe. Hey. No. Oh Gott. Hallo. No time. Oh. Das ist echt nervig, dass sie mal wieder auffallen. So geht's aber natürlich auch. Ja, da war zufällig ein Gegner, der uns angegriffen hat. Mach mir. Oh, guck mal, das ist ein Anteilgeruch. Nächstes Mal ist es hier pink. Ich glaube, wir haben alle unsere Begründungen gesammelt. Aber, hat die Kofka verlassen sie hinter, an accident? Oder an purpose? Ja. Sie hat sicherlich viel Arbeit in diese Gag gelegt. Und ich denke, wir sind die Punch-Line. Ich denke so. Sie macht uns rundherum wie Kerken? Ich glaube, sie liebt das. Ich kann fast sie hören, sie zuhören. Komm und geh mir. Das ist Kofka, ja. Wunderschön, danke für die coole Beruhigung. Ein Aufzug. Nein, Hundi ist nicht mit. Das war wieder so ein komischer Goldfisch. Okay, das ist cool. Die ist doch mild. Machen wir mal das Ding kaputt. Ich finde es cool, dass das Zeug hier anders aussieht. Hier war doch eben ein Gegner. Da muss er gar nicht lang. Oh, Putsch machen. Hade, gucken wir mal. Oh, wir mussten da echt nicht lang. Haha. Na super. Aber hier haben wir Tausende. Hui. Ganz viele Kämpfe. Die Boote in diesen komischen Aquarien sehen echt komisch aus. Na schön attackieren, bevor sie uns attackieren. Ei, ei, ei. Aber guck, jetzt haben sie Pech, weil jetzt... Adieu. Oh, das sind wie diese explodierenden Roboter aus Yarilo. Wir machen eine ziemlich gute Team. Hier, die Spur weiter. Das ist voll. Hier haben wir einen Ankerpunkt. Oh, ich verstehe. Das ist gut. Das ist gut. Tradition. jetzt hat sie echt die saat gestreut